Valentin, ich hab das nicht mit Absicht gemacht. Was hast du nicht mit Absicht gemacht? Mann, ist es mir einfach so passiert. Was ist hier passiert? Es gibt jetzt ein paar Sachen, die wir brauchen. Moment mal, wieso ich? Warum soll ich sägen? Ja, sorry, also, sollte ich jemals eine Frau tot schlagen und dann zu dir kommen, damit du mir hilfst, die Leiche zu entsaugen, dann säg ich, aber heute und unter den Umständen sägst du. Theo, was du guckst denn so betröppelt? Hast du Sand in der Möse oder was? Katja und ich, wir lassen uns scheiden. Wahrscheinlich hat sie einfach nur einen anderen. Katja würde mich nie betrügen. Ach nein? Nein. Zieh dich ein. Der erwiesenermaßen beste Weg, um in Trennung hinwegzukommen, ist mir andere alte flach zu legen. Theo? Ich kann's ja mal versuchen. Hey! Nicht versuchen, machen! Die hat sich total gewälzt und geschrien und plötzlich war sie ganz still. Was ist, wenn ich einen Weg wüsste, wie wir beide gemeinsam ohne Geld so unglücklich werden können? Wie viel schuldest du? Jetzt solltest du mal nachsehen. Wieso ich? Was hast du gemacht? Du hast versprochen, mir zu helfen. Ich dachte, wir hören Freunde! Stopp! Es hätte jetzt wirklich nicht so weit kommen müssen, oder? Ach! Geiles Sound! Bär! Scheiße! Kurz und schmerzlos, kurz und schmerzlos. Ich dachte, ich glaube, es ist lösen. Kann ich mich nicht. Ich denke, ich!... Duhal Strand zäh Test tat nochein! Im環ax ohne Hitze.